Freunde, mit unbekannten Roblox-Spielen ist es so wie mit einer Birne an einem Apfelbaum. What? Eigentlich gibt's es nicht. Aber eigentlich gibt's es doch. Denn ihr könnt eine Birne auch einfach an einen Apfelbaum hinhalten. Ich meine, jetzt wird's ein bisschen theoretisch, aber wenn ihr die hinhaltet, dann habt ihr ein richtig exquisites Birnen-Obst-Gemüsesorten-Ding, das an einem Obstbaum wächst. Ich sollte meinen Mund halten. Was ich sagen will ist, ich habe ein tolles Spiel gefunden, das sehr atmosphärisch ist, das sehr gut ist und ich garantiere euch, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Nur vielleicht mit der Länge. Aber das bin ich gewohnt. Moment mal. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Replay County Archivs, Leute. Einem Spiel auf Roblox, einem Horrorspiel auf Roblox, das relativ unbekannt ist, ja. Das Spiel hat irgendwie 1000 Likes, über 1000 Likes. Aber Leute, das Game hat es in sich, das kann ich euch mal verraten. Das ist auch wieder von der Grafik her ein bisschen anders, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lasst gerne einen Daumen da, Leute, und abonniert gerne rein, wenn ihr mehr solcher Spieler sehen wollt. Und wir gehen jetzt mal auf Play und gucken mal, was passiert. Wir createn eine Lobby, Leute. Ich möchte alleine spielen und gehen direkt auf Play. Und wir gucken mal, was passiert. Teleporting to the room. Bisschen Backstory. Wir sind wieder alleine gelassen von unseren Eltern. Was irgendwie ganz normal ist, weil irgendwie in Roblox alle Spiele, wo irgendwie die Eltern uns alleine lassen, mir zeigen, dass die Eltern in Roblox keine Ahnung haben, was sie tun. Also ist es eigentlich schon wieder das normalste der Sache. Oh, Moment, es klingelt. Das heißt, wir sind als Kind zu Hause. Okay, 7.45 Uhr, 12. Juli 2003. Fünf Meilen weg von Replay County. Wir sind ein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie alt wir sind, Leute. Aber das werden wir schon noch feststellen. Und jetzt gucken wir einfach mal, Leute. Ich bin extrem gespannt. Oh, oh, guckt mal, Leute, die Grafik. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Es ist ja hell draußen. Meine Güte. Okay, ich soll das Paket untersuchen. Hallo, Kind. Mach das nicht zu früh auf. Es ist für deinen Geburtstag später. Wir werden um 12 Uhr zurück sein und zusammen mit deiner Schwester feiern. Keep your head up from Mom and Dad. Okay, well. Ich sollte vielleicht hier mal alles aufräumen, bevor sie nach Hause kommen. Ja, sieht auch nicht gut aus. Wieso esst ihr immer alle Pizza und chinesisch? Und warum gleichzeitig? Oh, die Sonne geht unter. Guck mal. Die Sonne geht unter. Eine kleine Roblox-Figur. Nice. Wieso wird es jetzt so schnell dunkel? Damit haben wir aber nicht gerechnet, oder? Okay, hier. Ah, ich muss den Müll da nach vorne bringen. Okay. Wieso wird es so schnell dunkel? Ich will das nicht. I don't like that. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Oh, jetzt ist es stockduster. Reorganize die Couchkissen. Hier mache ich. Oh! Emergency Alert System. The Department of Homeland Security issued a shelter in place due to normal fugitives. Emergency Alert Issue by the Department of Homeland Security. Was bewaffnet, ey? Please stay inside your house while the director of the sheriff's office is off. Die Maus, Alter. Ja, typisch 2003er. Genauso wie der Fernseher. Hatte ich auch alles. Okay, alles klar. 2003 war ich 10, Leute. So schaut's aus. 2003 war ich 10. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Ach du heilige Mutter Maria. Oh je, ganz viel Polizei. Das ist nicht gut. What the hell is going on? I think I have a Police Scanner. Was, du hast den Polizeiscanner? Ja, ein Polizeiradio, oder? Oh, hier. Polizeiradio. Hier schön die Schublade zu machen. Place the Police Scanner. Okay. Und jetzt müssen wir hören. Oder was? Listen. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ein bisschen Angst, Mama. Sind das Morse-Zeichen? Investigate the Box. Welche Box? Ist da jetzt eine Pistole drin, oder was? Is that the new Axiom-Headset I've wanted? Okay, Axiom VR. Wann kommen meine Eltern nach Hause? Okay, das ist ziemlich unheimlich. Ich sollte vielleicht die Lichter ausschalten. Ich möchte nicht, dass sie hier zu meinem Haus kommen. Ja, vielleicht solltest du vernageln. Turn off the basement lights. Ach, ich bin im Keller. Ah, shelter in place. Wieso muss ich jetzt im Dunkeln rumlaufen? Ja, das ist schon gut gemacht, aber. Wo sind diese Schüsse? Kann ich das Licht anmachen? Ach so, meine Güte, ey. Emergency Alert System. Warum haben die dann geschossen? Was soll die Polizei? Was bedeutet das? Lass mich die Lichter wieder anmachen. Was passiert mit den Lichtern? Ist das hier kaputt? Was ist denn hier los? Was war das? Yo, was ist hier los, Mann? Grabber Flashlight. Wo denn? Oh, Flashlight grabben ist immer nie gut. Okay, und jetzt? Irgendjemand anderes ist mit mir hier drin. Ja, wo? Shelter in place. Ja, was heißt denn shelter in place, Bro? Oh Gott, ist das unheimlich, Mann. Wo soll ich denn hin? Hier ist eine Pistole hier unten. Ich muss sie kriegen. Ich muss sie nehmen. Enter the gun closet. Oh no, was zum Teufel. Oh, mit Zwischensequenz. Oh, wie krass. Okay. Wie gut gemacht. Grab the gun. Hide. Wo soll ich mich denn heiden? Wo soll ich mich denn heiden? Oh Junge, was? Bitte nicht. Ich bin nur ein Kind hier unten. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Keine Ahnung. I don't know. Vielleicht muss ich mich einfach ruhig verhalten. Ich kann mich auch nicht ducken. Get the gun. Okay. Mach ich. Ich zitter. I can steal here forever. Okay, ja. Ich kann hier nicht für immer bleiben. Was ist, wenn sie meine Eltern bekommen haben? Oh Mann. Aber bilden wir uns das ein? Ich habe jetzt eine Waffe. Okay. Okay, ja. Und direkt auch die Pistole dran gemacht, ne? Junge, ist das creepy, man. Clear the basement. Wie soll das Basement clearen? Hier ist doch nichts, oder? Okay, sieht so aus, als wäre hier nichts. Oh, das Headset ist weg. It's clear, aber das Headset ist weg. Okay, jetzt muss ich nach oben gehen. Aber das Headset ist weg, Bro. Das Headset. Vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ne, ist dir nicht aufgefallen, ne? Ja, ich weiß schon. Wieder mit Zwischensequenz ultra nice gemacht, Leute. Der Prelude von Ignited Software gewonnen. Hätte ich was anderes machen können? Hätte ich irgendwie was anderes machen können? What the heck? Okay, Leute, das scheint es gewesen zu sein. Ich kann jetzt nicht so ganz genau sagen, was hier eigentlich abging. Aber es schaut mir irgendwie so aus, als wäre das eventuell die Polizei gewesen, die das Haus durchsucht hat. Und dadurch, dass er die mit einer Waffe angeleuchtet hat, haben die halt geschossen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ultra, ultra dark, das Game. Also, wow, okay. Das hätte ich so nicht erwartet, Leute. Krass. Leute, das Video war jetzt zwar ziemlich kurz, aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, Leute. Abonniert gerne rein, würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Danke schön, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.